Hat der Mensch sich erfasst und das Seine in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Heimat. Eine Demokratiewerkstatt ist ein Raum, ein Projekt im Viertel. Wir erreichen Menschen, die ihr Viertel zu einem Ort machen, an dem sie ihre Interessen wahrnehmen und vertreten. Ganz konkret, demokratisch, zupackend, enthusiastisch. Lernen und diskutieren, neue Fähigkeiten entwickeln. Demokratie lernen ist Barrieren überwinden vor Ort und in den Köpfen. Heimat finden ist Lachen, Helfen und Ausprobieren. Ob Frau, Mann, Colored, Weiß, Muslimer, Christ, es geht nur zusammen. Lösungen finden, Mut fassen und einfach loslegen. Heimat heißt gehen, sich ins Bild setzen, vor Ort, mit anderen Träumen. Wir entwickeln Modelle, wie es gehen könnte. Mit starken Partnern, die uns fördern und unterstützen. Die Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen. Die Sozialplaner der Stadt Stolberg. Die Brückenbauerinnen und Brückenbauer in den Vierteln. Demokratie lernen, das ist Heimat finden. Ein Ort, ein Zustand, eine Lebensweise, die jeder von uns erst erschaffen muss. Gemeinsam mit den Nachbarn. Die Brückenbauer in den Vierteln. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!